So meine Freunde, herzlich willkommen zurück in Aquanox 2 Revelations. Ich bin nach wie vor euer Crimson und wir waren stehen geblieben im Vormuseum der Moderne. Und ja, mal gucken was uns da jetzt erwartet. Museumswärter. Lichtjunger Herr, ich kann es Ihnen ansehen. Sie sind ein Mann von Bildung. Hier im Museum der Moderne bringen wir die Welt auf einen Punkt. Was wollen Sie sehen? Wir haben das komplette handschriftliche Werk eines Mannes namens Shakespeare. Es ist mehr wert als die gesamte Stadt Neopolis. Ähm, beachtlich. Oder suchen Sie eher Kunst? Wir haben Skulpturen aus Oberflächenzeiten. Von Michelangelo's Pieta, die Hand Marias, die Jesus Kopf stützt. Oder soll es eher Anthropologie sein? Das Gehirn Albert Einsteins oder Edward Wittens? Nein, nein, danke. Sehr freundlich. Ich bin mehr an technologischen Dingen interessiert. Speziell aus Zeiten der Ozeanisierung. Kennen Sie einen William Drake McGregor? Hm, da muss ich nachsehen. Aber aus dieser Zeit... Naja, viele Exponate gibt's da nicht mehr. Kleinen Augenblick. Vielen Dank. Oh, ja, hier. William Drake McGregor. Earl of Middle-Othian. Korrekt, mein Freund. Was könnte ein Adelstitel oder so gewesen sein? Auch richtig. Hier. Wissenschaftler und Designer von Bootsantrieben. Ja, genau. Ich erinnere mich. Dieser Mann... Auf ihn geht die Super-Kavitations- und Dipol-Technologie zurück. Ohne ihn hätten wir all die schönen, schnellen Boote nicht. Was... Was für Exponate haben Sie von ihm? Sehr wenige. Eigentlich nur eines. Eine Art, ähm... Warten Sie... Torpedo. Ah, hier steht's. Ein Torpedo auf der Basis von ES-Technologie. Der Torpedo diente aber anscheinend nicht als Waffe. Seine Funktion besteht in der Aussendung einer bestimmten elektroschwachen Feldkraft. Oh, ich... Ich darf Ihnen das Exponat gar nicht zeigen. Die Makina Antarktika hat eine Untersuchungsoption. Sie wissen ja, Geheimsache. Ich durfte mich gar nicht mit Ihnen darüber unterhalten. Kann mich den Job kosten. Bitte. Mein Name ist William Drake. Dieser Mann, er war mein Urahn. Meine Familie ist tot. Nur hier, nur in Ihrem Museum kann ich noch Erinnerungen an Sie finden. Jetzt drückt der liebe Drake aber ganz schnell auf die Tränengrüße. Na gut, in Ordnung. Sie sind ein freundlicher Herr. Machen wir eine Ausnahme. Aber kein Wort. Zu niemandem. Ich verspreche es. Kann ich das Exponat sehen? Ich lade Ihnen das Hologramm. Das eigentliche Exponat befindet sich im obersten Level des Museums. Wissen Sie, wir haben hier die modernsten Schutzvorkehrungen. Da. McGregors Torpedo. Herrje. Er ist so viele Credits wert, dass man sich ein eigenes Aquatorium dafür kaufen könnte. Okay, also muss dieser Torpedo ultra wertvoll sein für uns. Vielleicht ist es sogar der Öffner für das Felsengrab. Mal gucken, was Ned dazu sagt. Für diesen Torpedo. Konntest du was über den Toröffner herausfinden? Ja, er liegt im Museum der Moderne. Und zwar im Top-Level. So wie ich das sehe, ist das Museum eines der am besten bewachten Gebäude in Neopolis. Nicht zur Zeit. Kommander Farelli, der Polizeioberst, hat gerade genug mit irgendwelchen Putschisten und durchgeknallten Spinnern der neuen Linie zu tun. Wollen wir's hoffen. Bist du sicher, dass es der Toröffner ist? Absolut. Das einzige Exponat von McGregor. Und außerdem auf elektroschwacher Kerntechnologiebasis. Okay, Crimson. Du erhältst deine Anweisung über ALF-Funk. Hm. Die Salty Dog wäre nützlich. Hm, glaube ich nicht. Obwohl, oder? Und wir jetzt wirklich wieder mit dem kleinen Kackboot fahren. Ähm. Na gut. Wir sind so ein kleines Mini-Scout hier, der nichts aushält. So, wir haben das Ding mal fix bestücken. Laser, stetig, Vendetta und EMP. Tobedos, erweit. Alle davon. Generator. Zack. Ich glaube, das ist der best ausgestattete Scout, den es, äh, weit und breit gibt im Meer. Ähm. Lasergutning. Komm, wir haben ja vier Plätze. Können wir auch mal Zielhilfe einschalten. Und zwei Tobedol. Plätze. Obwohl, wenn wir die Zielhilfe rausnehmen, mhm, laden wir schneller nach. Nö. Lass mal Zielhilfe einfach mal, just for fun mal drin. Ist zwar alles andere außer männlich, aber was soll's. So, Museum der Moderne. Hier steht nicht mal in der Missionsbeschreibung drin, dass wir die Salty Dog nehmen sollen. Hm. Schön. Und raus geht's. Dieses kleine, hellliche Boot. Das ist wirklich so mini, das Ding. So, auf geht's. Okay, am Navigationspunkt findest du die Energieversorgung. Leg die Trafos lahm. Wir fahren schon mal zur Versorgungsschleuse. Bis gleich, Krimsen. Jo, mach das. Fahrt ruhig ohne mich. Hm. Ich hab das dumme Gefühl, es gibt hier gleich... Oha. 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 Seht ihr das, wie rot das Gebäude schon ist? Alles Feind. Ich hab sogar angezeigt, wie weit die Reichweite ist. Also, wann wir extra Schaden machen. Hier gibt es immer noch Verteidigungsanlagen. Ihr bestet euch gleich alles lahm. Lasergutting hat ja 400 Meter Reichweite. Okay. Okay. Warum wo... Wah, hä? Warum geht die noch? Shit. Hä? Wir haben doch die Relais zerstört. Gibt es da noch mehr davon? Ah, okay. Guter Job. Wir warten am neuen Navigationspunkt auf dich. Sehr schön. Das haben wir die ganze Zeit ordentlich auf den Sack gekriegt. Wenn wir das hätten gar nicht gebraucht. Krimsen, fahr vor und such das Doktor. Sollte irgendwo eine Versorgungsschleuse liegen. Das wird wohl das sein hier. Animal und ich warten hier und passen auf dich auf, Kumpel. Weil wir mit Recht sind, war ja auch der Schentiman, den wir in der letzten Folge, glaube ich, verfolgt haben, ebenfalls hier reingefahren. Da ist ein Relais. Was ist denn los? Wir haben hier noch eine aktive Energiebarriere. Na, geil. Du musst nach einer extra Energieversorgung suchen. Hä. Shit, Mann. Hier gibt es ein Problem. Jemand hat den Alarm ausgelöst. Oh, Laserfallen. Alles roter Nebel, Jungs. Geschütze werden reaktiviert. Die machen uns hier nieder. Wenn ihr euch erinnert. Haben Probleme. Sieh zu, dass du so schnell wie möglich rauskommst, Krimsen. Habe ich diese Laserfallen schon immer gehasst. Wo wir mit Amitab unterwegs waren beim Grab des Lopes. Oder beim Schatz des Lopes. Da habe ich ja diese blöden Laserfallen auch. Oh, hier vorne ist ein Schifflamm gelegt. Sieht zumindest so aus. Wie ich schon sagte, ich hao long. Du hast deine Wahl getroffen. Du wolltest deine Hose nicht ausziehen. Jetzt werde ich sie dir über den Kopf ziehen. Fuuuuck. Sieht so aus, Junge. Als müsstest du so oder so da hinten anstehen. Bring sie hinter dich. Aber behal dich, bevor es hier vor Polizei nur so wimmelt. Sorry, Mädchen. Okay, aber jetzt sofort andocken. Behal dich, Krimsen. Ich glaube, wir hätten sie nicht mehr leben lassen sollen. Aber wie kommen die jetzt nach Neopolis und uns hier die, 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 die den Alltag zu vermiesen? Weniger schön. Da ist die Eowee. Die Eowee ist rein. Dann war es das schon mit der kleinen Mission. Okay. Gab es ja eigentlich Bonusaufträge, die wir übersehen haben. Nein, gab es nicht. Was haben wir denn gekriegt? Oh, den Sainzler. Das ist dieser, oh. Sainzler? Nein, Sainzler. Ich glaube ja. Das ist diese Waffe, die diese extrem krassen Strahle mal ausfeuert. Die ist auch schweineteuer hier. Ich glaube, ich habe die 6.000 Schaden. Aha. Nice one. Da werden wir doch mal die Silve gleich wieder raus machen. Und ich würde sagen, einen geschützter Fett einbauen. Damit wir den mal mitnehmen können. Neopaus an und der Nett. Ja. Wir sind unserem Ziel schon sehr nahe. Der Schmerz wird größer. Wir müssen Stoney und Animal da raushauen und... Meiling. Du konntest nicht anders handeln, William. Ich hätte nie gedacht, dass sie so einen Zorn auf mich hat. Warum nur? Glaub mir, Junge. Du wirst das Geheimnis der Tränen des Engels lösen. Aber nie das der Frauen. Oh, das ist ein wahrer Spruch, mein lieber Nett. Ich schlage vor, wir kümmern uns jetzt um Stoney und Animal. Dieses verdammte Museum. Es ist doch nur ein Museum. Gib mir noch etwas Zeit, ob ich vielleicht was rausfinden kann. Gut. Und ich versuche, unsere Jungs zu finden. Sie sind wahrscheinlich im Navy Headquarter. Sobald wir sie haben, schlagen wir erneut zu. Nimm deinen Sizzler für Scouts. Aber du musst gut zielen. So eine Feuerrate ist mies. Ja, das ist das Allgemeinmüll. Weil, wer weiß, ich habe das Spiel ja schon mal vorne gespielt. Und, ja, ich weiß, dass das Ding absolut Müll ist. Ah, Sie. Wissen Sie was, junger Mann? Ihretwegen habe ich gerade meinen Job im Museum verloren. Oh, shit. Diese vertrotteten Bürokraten. Nur, weil ich Ihnen das Hologramm des McGregor-Torpedos gezeigt habe. Das tut mir leid. Sie müssen mir glauben. Drake McGregor war mein Urahn. Im Grunde gehört der Torpedo meiner Familie. Drake. Hm. Sind Sie dann der Drake von Drake Enterprises? Genau der. Meine Mutter war Emma Drake. Mein Vater Alonso Drake. Ja, ja, ich erinnere mich. Sagen Sie, haben Sie versucht, das Museum zu überfallen? Ich wollte mir holen, was mir gehört. Das ist schwierig. Okay, ich werde diesen verlausten Bürokraten ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Hören Sie, versuchen Sie es durch die Versorgungsschleuse. Unmöglich. Wir kommen nicht durch die Laserwall. Sie müssen zuerst die Energiequelle abschalten. Dazu müssen Sie den unteren Zugang zum Museum, den Sub-Level, finden. Dort drin ist zwar alles gut geschützt, aber ein cleverer Pilot wird es schaffen. Ich danke Ihnen. Kein Problem. In Neopolis kocht sowieso das Wasser. Wer weiß, was noch alles passiert. Ich wollte eh von hier verschwinden. Oh Mann. Ich glaube, das kommt jetzt dann das Level, was ich am meisten hasse. Das ist, ähm... Ich spare schon mal kurz. Wo man so durch ganz kleine Öffnungen fahren muss, es massig Laserwände gibt. Oh. Das Level hasse ich. So. So. Das Sub-Level sehr engen Salty Dock. Ich dieses kleine Schiffchen nicht mag. Da kommt sein. Das ist ein ganz schön langes Intro jetzt gewesen. Ich bin ganz froh, dass wir noch die Beyond-Panzerung mitgenommen haben. Weil... Das könnte dann doch hier zu ernsthaften Komplikationen führen. So. Nehmen wir jetzt vielleicht das Glück, dass wir vielleicht die, äh... Ja, doch die kleinen Feinde etwas besser besiegen können. Das ist ein kleiner Luck-Shot und dann Feuer frei. Weil der macht doch einen Schaden von, äh, über 6.000. Ich warte hier, während du vorausfährst und alle Geschütze und Torpedolauncher ausschaltest. Erst dann kann ich andocken. So, gucken, ob er, wie stark der gegen... Ha! Nicht! Irgendwie weiß gar nicht, wie auch die Reichweite von dem Ding ist. Doch. Imposant. Können wir mal knapp ausgewischen. Jetzt sind wir aber wirklich mehr als knapp ausgewischen. Boah, sag mal, was hat denn da für eine kurze Reichweite? Geht doch. Da ist hier irgendwo eine Relaisstadt, boah, fuck, was schießt uns denn hier gerade? BÄM! Das nenne ich mal ein Volltreffer. Ich hab noch gar kein Relais gesehen hier irgendwie, was mir ausschalten kann. Ah, das ist leider auch ziemlich hohen Energieverbrauch. Boah, schade. Ja. Dann sind wir doch damit wesentlich effizienter. Oh, wir sind schweine langsam, ey. Das geht gar nicht. Aber ein gezielter Schuss kann diese kleinen Dinger doch sehr effizient ausschalten. Oh, haben wir einen Buzzer Plus? Scheiße! Lassen wir uns jetzt mal hier einen Torpedo erwischen, dann war's das. Boah, wir haben vier Hammerheads mit. Ich denke mal, da können wir doch einige Schiffchen ausschalten. So, Laser-Gutten irgendwie ausgeholt. Wo ist Syssler? Doch, ich frag den Syssler eigentlich schon. Soweit der leichte Teil, wir haben angedockt. Ich gehe mit Fuzzy rein und befreie Stoney und Animal. Du bist auf der Route. Wir wollen nicht überrascht werden. Mach das. Aber ich find's cool, dass die so Navy-Headquarter mal zu zweit überfallen. So, es kommen bestimmt Leute davon irgendwo... Oh, ja. Attacke! Geronimo! Falschreiße! Bam! Abo, daneben. Das meine ich. Scheiße, scheiße! Komm her, komm her. Scheiße, Scout. Ah! Aber einen Schuss. Scheiße, scheiße! Einen Schuss und die sind weg. Verdammt, ich will hier nicht verrecken! Verdammt, ich will hier nicht verrecken! Ja? Ah, knappes Ding. Komm her, komm her, komm her. Oh, jetzt reicht's. Nee, nicht den. Jihah! Wir hätten gedacht, dass ich mich mal so freue, euch wiederzusehen! Drei Schuss davon reicht auch. So, unser lieber Stony Fox ist auch wieder frei. Sehr schön. Und da kommt noch eine Mel wieder. Oh, jetzt kommen noch mehr von diesen Arschlöchern. Und Feuer! Ah, ineffizient durch 3, das Ding. Das sind wir noch... Ah, jetzt müssen wir wieder über... Nee, nicht über Kopf kämpfen. Gar keine Lust draus. Ich glaube, wir sind der stärkste Scout aller Zeiten. Mh... ... Nö, du gleich. Na Sagen wir mal, jetzt reicht's Leute, wir haben einen Job. Zurück zum Museum So, da sind wir wieder vereint. Rechts der Animal, links der Stoney vor uns, der liebe Net mit der E-Way Ziemlich ruhig im Moment. Da verschenkt wohl jemand Schnaps, was? Keine Patrouillen? Von wegen Schnaps, weißt wohl nicht, dass die am Parlament gerade einen Putsch in den Griff kriegen müssen Pech für die, Glück für uns. Vielleicht haben sie die Wachen am Museum zurückgezogen. Niemand rächtet jetzt mit einem zweiten Überfall Der liebe Animal ist ja, äh, Animal sag ich schon, Stoney ist ja, ach, Mensch, passiert! Ist ja sehr sehr mitfühlend Ja komm, nehmen wir mal ein bisschen auf Gucken wir mal ein bisschen näher bei den zwei So, wie weit müssen wir denn noch fahren? Bei deinem Nerfpunkt liegt der Eingang zum Sublevel, wie der Werner gesagt hat. Denk daran, schalte die Sicherheitsanlagen aus Jippie Ja, Animal und ich passen auf Net auf. Der kommt mit seinem Brummer sowieso nicht in den Sublevel Den kann die Bewegungsmelde und die Laser schleicht dich durch Jaja Am Ende kannst du dir verdammte Energieversorgung erreichen Ich hasse Das Level So, dahin ist das erste Relais Das ist noch relativ einfach Glaubt mir jetzt, das wird viel, viel schwieriger So, Sublevel Wo lang? Ah, hier lang Vielleicht schaffen wir es ja heute beim ersten Mal Ich hab nämlich letztens die Folge schonmal aufgenommen Hab dann aber feststellen müssen, dass meine Festplatte voll ist Und dann leider, äh, die Folge nicht zu Ende aufzeichnen konnte Ganz da hinten ist das Relais Das ist die Frage Will den Torpedo verschwenden Wir gucken mit dem Sizzler Vielleicht mit einem Schuss Was? Na, und Feuer Unmöglich Ich weiß es nicht 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 Und 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 Zack Tsk Torpedo Regels So, hier runter Da lang? Nee Wo lang? Ah Na komm So, können wir den aus irgendeinem Winkel treffen? Können wir. Sehr schön. Nur noch einen Generator, Junge. Wenn du den wegballerst, dürfte die Versorgungsschleuse für uns frei sein. So, jetzt heißt es. Feingefühl beweisen. Ich hätte vielleicht so einen Big One oder Big Two mitnehmen sollen. So, auch nochmal. Haha, auch nochmal Lasergitter. Diese epische Musik im Hintergrund. Absolut geil. Wir haben es geschafft beim ersten Mal. Sehr schön. Ganz schönes Schlauchlevel. Hier müssen wir ja auch... Mal gucken, wo wir lang müssen. Keine Ahnung. Hier schon mal nicht. Ah, da ist die Relaisstation. Gut, das war's Clemson. Komm zurück. Wir brauchen Geleitschutz. So, jetzt heißt es den ganzen Weg wieder zurück. Zip. Ähm, ja. Zip. Hier oben lang. Da durch. Da runter. Hier durch. Zack. Eins, zwei, drei. So, dann hier unten lang. Äh. Hup, hier lang. Genau, hier durch. Ähm. Hier durch. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verfahren. Das sieht doch fast so aus. Oder? Ne, wir haben das alles... Nein, das ist alles richtig. Bäh. Jetzt ist es hier nur noch schwer, hier rauszukommen. Und raus. Ja. Super. Das ist die Eerie. Aufschalten. Und hinterher geht's. Oder wollen wir lieber draußen warten? Ich glaube, wir warten lieber hier draußen. Und werden dann alles zerstören, was uns hier in die Quere kommt. Sofern überhaupt was kommt. Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich jetzt, glaube ich, keinen Plan mehr, was kommt. Und auch wenn ich das Spiel hier, wie gesagt, schon mal gespielt habe. Also wenn jetzt die Polizei nochmal käme, wäre das natürlich krass. Aber die sind ja keine Gegner für uns. Einschuss mit dem Sizzler und das war's. Ich frage mich eigentlich, was das hier ist. Das dreht sich einfach nur und... Ja. Okay, die sind anscheinend angedockt. Wir sind drin. Wir suchen den Toröffner. Deine Vorarbeit hat sich gelohnt. Schöne Sache. Nimm gleich nochmal so was anderes wie das Bid, was wir dann verheizen können. Gemälde. Irgendwie sowas. Oh mein, die Folge geht schon, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde oder so. Die wird auf jeden Fall lang. Ah, verstanden. Mein Gott, der ist nicht da! Was? Irgendjemand muss ihn uns weggeschnappt haben. Nein. Nein, oder? Oh, 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 oh. Was heißt, es gibt euch Ärger? Danke für eure Mitarbeit, Jungs. War einfacher als einem Baby den Schnuller zu klauen. Strega, du Mistvieh. Strega, sie hat uns ausgetrickst. Vor unserer Nase. Grimson, Story, Edo. Sie darf auf keinen Fall entkommen. Auf geht's, meine Orten, Söldner. Wir verschwinden. Nichts da. Stirb. Komm her, du Mistvieh. Unfassbar. Wir haben's vermassert. Der Toröffer ist weg. Wir es tut nichts. Wir holen ihn nicht mehr rein. Geh recht ab. Nein, hier ist Gentleman. Gentleman muss sterben. Verdammt, ihr Kräuter. Das tut weh. Du bringst mich um. Du Arsch. Hey. Du bringst mich um. Hey. Ich hab dir's gesagt. Ich bring's um. Das hat euch los, Grimson. Strega braucht jetzt jeden Mann. Den sind wir los. Der Arsch. Zieht uns nie wieder. Komm, hat man ihn gesehen? Ne. So, eskultieren wir mal unsere Eowee. Echt schade. Scheiße, haben den Toröffner nicht gekriegt. Ist Regan, die blöde Kuh hat den uns weggeschnappt. Aber die kriegen wir wieder. Ich hoffe es zumindest. Sonst wäre jetzt hier die ganze Mühe, die wir uns gemacht haben. Die ganzen Toten. Angelina. Animal. Äh. Amitab. Unser Vater. Und dann unser Neffe. Wären alle umsonst gewesen. So, ihr seid eingedockt. Komm ich auch mit rein. Ich darf natürlich nicht rein. Hallo? Gar kein Missionsende? Jetzt. Was haben wir denn alles gekriegt? Plasmajet, Tiger, Stanley. Hinter der Gartening. Ich glaube, da können wir wieder den Großteil verkaufen. Neopolis. Hauptstadt der Atlantischen Föderation. 2203 Meter. Ich glaube, wir verkaufen erstmal wieder. Die Hammer jetzt. Doppelt. Kann weg. Kann. Auch weg. So. Torpedos. Kaufen. Ich sag mir, wir kaufen uns hier einfach nochmal. Ach, das sind die Falschen. Wir wollen ja die haben. Kaufen nochmal zwölf Stück. Was? Sie haben 30 Stück davon? Alter. Wir wollen ja locker 25 verkaufen. Und immer noch 60.000 Euro jetzt übrig. So. Meine Freunde, wie es aber jetzt weitergeht. Ob wir den Toröffner irgendwann noch kriegen. Oder ob wir es Träger noch irgendwann vernichten werden vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Das werden wir alles in einer weiteren Folge von Aquanox 2 rausfahren. Äh. Finden. Und in diesem Sinne. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Künzen. Ach ja. Lasst mir ein Like, einen Kommentar da. Und wenn es euch gefällt, ein Abonnement. Bis dann. See ya. Ich bedanke mich fürs Zusehen.